Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, es war jetzt tatsächlich ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Gab es ja einen Zwischenfall, was eine Katze von mir anging. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Ja, ich antworte sofort darauf. Da gab es einen kleinen Zwischenfall mit einer Katze von mir. Sie hatte einen Unfall gehabt und sie hatte sehr viel Pflege von mir gebraucht, das ich nicht mehr aufnehmen konnte, ein Weilchen. Was auch wichtiger war, aber nur so zur Erklärung. Aber nur so als kleine Erklärung, werde ich in den anderen Let's Plays auch nochmal erklären. Dass sowas dann halt wichtiger ist, als mal aufzunehmen und so. Aber jetzt antworten wir mal der Ralaim. Einer der Söldner. Der Vater hat mich persönlich angeheuert und hierher geschickt. Ach ja? Und seit wann gibt sich der Vater persönlich mit Schläfern ab? Sie sagt die Wahrheit. Bruder Trauer, seit... ich meine... seid ihr euch... hineinlassen? Natürlich. Danke, Bruder Trauer. So, okay. Wir dürfen rein. Wir dürfen passieren. So, Bruder Trauer ans Lager begleiten. Geht zu den anderen Schläfern und wartet dort. Der Vater wird heute noch eintreffen. Äh... Sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Nein. Okay. Äh, wo ist der Tempel? Unter uns. Unter uns. Okay. Na dann. Bei den Söldnern auf die Ankunft des Vaters warten. Und wir haben hier eine sichere Truhe. Die Achte im Bunde. Was? Dann sind wir wohl endlich vollzählig. Ich bin Zara. Schön, euch kennenzulernen. Hallo, Zara. Ein freundliches Gesicht, seltener Anblick auf dieser Mission. Ihr gehört zu den Söldnern. Zara, ihr seid Kiranerin? Ja, bin ich. Wie man ja hoffentlich an meiner schneefarbenen Haut und meinen mandelförmigen Augen sieht. Spaß beiseite, nein. Zara ist mein... Straßenname, wenn ihr so wollt. Aber mittlerweile nennen mich alle so. Den echten habe ich vor langer Zeit abgelegt. Ähm... Und warum das? Ich versuch's mal. Nehmt es mir nicht übel, aber das geht euch wirklich nichts an. Okay, aber ein freundliches Gesicht, seltener Anblick auf dieser Mission. Ihr sprecht mir aus der Seele. Diese Sekten-Spinner sind so gesellig wie ein Haufen frisch vertrockneter Verlorener. Und unsere Kollegen hier sind leider kein Deut besser. Ja, Sekten-Spinner. Vielleicht, weil wir nicht zum Plaudern, sondern zum Kämpfen hier sind. Und noch einer. Das eine schließt das andere nicht aus, Schätzchen. Wisst ihr, wann in etwa es losgeht? So wie ich das verstanden habe, warten wir nur noch auf den obersten Sekten-Spinner, oder? Äh, das wurde mir auch gesagt. Ja, laut einem der Ralaim soll er aber noch heute eintreffen. Ah, das ist doch schön. Ich frieh mir hier nämlich den Arsch ab. Kommt, bewegen wir uns ein bisschen. Achso. Hier musste ich auch, okay. Und was ist mit, äh, wie heißt er? Brugan. Was ist mit ihm? Und wer ist das? Tivon, Dalscharis. Noch ein Dals. Ganz schön viel Dals hier. Okay, Zara. Schwester sucht es hier. Noch ein Söldner. Schwester Lust, ähm. Ein Arbeiter. So. Erzählt mal. Wisst ihr, was uns da unten erwartet? Dieser erste Seher war ziemlich wortkarg. Und alles, was ich weiß, ist, dass wir irgendeine Art mit Runen verzierte Tür finden sollen. Aber warum heuern sie dafür Söldner an? So ungesellig diese Spinne auch sind. Kämpfen können sie. Und die Bezahlung lässt sich einen fragen, ob sie vielleicht eine Prise Kappenstaub zu viel gezogen haben. Äh, keine Ahnung. Mir hat man auch nicht viel mehr, äh, gesagt. Äh, der Tempel ist wohl ziemlich gefährlich. Der Vater will nicht riskieren, mehr seine Lämmer zu verlieren. Hm. Verstehe. Und was genau ist an diesem Tempel so gefährlich? Verlorene? Watyren? Äh, das weiß ich nicht, was genau gefährlich ist. Schade. Na, dann wird es zumindest nicht langweilig. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Wie seid ihr eigentlich hier gelandet? Arbeitet ihr schon länger für die Rallata? Äh, nein, das ist das erste Mal. Ein Kontakt hat mir den Auftrag empfohlen. Könnte man so sagen, ja. Nehmt es mir nicht übel, aber das geht euch nichts an. Können wir auch sonst sagen. Ähm. Nein, das ist das erste Mal. Ein Kontakt hat mir den Auftrag empfohlen. Wie bei mir. Ich habe ja für gewöhnlich nichts gegen ein bisschen Mysteriöses bei meinen Missionen. Aber irgendwas an diesen Ralaim kann ich nicht riechen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal für die was mache. Egal, wie gut sie zahlen. Habt ihr diesen Vater eigentlich schon mal zu Gesicht bekommen? Äh, einmal, ja. Ein seltsamer Kerl. Dachte ich mir. Naja. Dann heißt es jetzt wohl warten. Ich werde mich wohl noch eine Sekunde aufs Ohr hauen. In Ordnung. Bis dann. Ich weiß jetzt nicht, äh, war das vielleicht ein Fehler, mit ihr zu reden? Uns ihr so anzuvertrauen? Wir kennen sie ja erst eigentlich seit gerade eben und, äh, jetzt im Nahhinein denke ich mir so, oh, warte, was ist das? Bauplan, Inno, dann schwingen. Mal kurz speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob das Stehlen ist, wenn ich das nehme. Und so, wir suchen Bücher. Okay, die haben wir. Und wir haben einen neuen Bauplan. Was ist das denn hier oben? Machen wir mal so in Ego-Perspektive. Vielleicht kann ich dann mehr entdecken. Was ist das hier nochmal? Schattenstahlader. Ja, komm, wir sind schneller. Okay. Und da unten ist der Tempel. Bruder Trauer. Wen haben wir hier? Eva. Okay. Sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Wer ist das? Stalron. Stahlron schniedet Stahl. Okay. Da haben wir noch eine Schattenstahlader, aber die ist außerhalb. Ich weiß nicht. Da ist ja auch nur jemand. Ach, eine Arbeiterin. Okay. Könnte ich hier... Nein, hier können... Noch eine Arbeiterin. Okay, dann... Wie viel tragen wir mit uns? Wir haben... Wir haben ein bisschen was. Im Schlepptau. So. So. Ich soll wieder komplette... Warum habe ich so viele komplette Sets mit mir? Wollte ich die nicht verkaufen oder... Waren das die, die ich doppelt habe? Waren das die, die ich jetzt... Waren das die, die ich jetzt... Waren das die, die ich jetzt... Nein, ich wollte das einlagern. Stimme des Vergessens. Fliegt bei kritischen Treffer sehr hohen Schaden zu und entfestet eine psionische Schockwelle. Ich bleibe beim Totensturm. Was? Stimme des Vergessenen. Der Vergessenen. Schaden viel... Ihr bleibt trotzdem bei Totensturm. So. Die alle einmal einlagern. So. Handschuh der Ralaim. Hanisch der Ralaim. Wieso habe ich so viel? Ich glaube, ich wollte die alle verkaufen. Ich glaube, nur deswegen hatte ich die mit. So. Das behalte ich alles. Ich glaube, ich wollte das essen. Hier. Ich pack die auch alle mal weg. Oh. Ein paar Sachen für den Hele haben wir auch noch. Klau der Dalgorax. Verdächtige Kappenstaubflasche. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So. Aber warten wir mal. Ein Tag warten. Erst mal in Dünnheim aufzunehmen. Ach so. Das ist jetzt eine andere Quest. Ich habe nichts gemacht. Das hat selber... Wer ist das jetzt? Da oben ist der Vater. Ne, da ist jetzt. Ne? Da ist er jetzt. Er ist es. Brüder und Schwestern. Geschworene des Ralas. Der Tag ist gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Die Welt steht am Abgrund. Sie tat es schon immer. Aber nie war es deutlicher. Eine Krankheit, die der Orden den roten Wahnsinn nennt, zerfrisst die Menschen. Krieg plagt die Länder. Ja, kranke Tiere zerreißen Vieh und Bauern. Oh, die Musik gerade. Selbst hier, auf dem scheinbar friedlichsten aller Kontinente, herrscht Chaos. Sie nennen sich die freien Völker und behaupten, sie würden der Welt Frieden bringen. Aber wie sie alle, bringen sie nur Tod und Verderben. Ihr kennt meine Lehre. Ihr kennt den Ralas. Und ihr habt ihm eure Seelen verschrieben, weil ihr immer schon spürtet, dass er der Schlüssel zur Freiheit ist. Zum Ende des Leidens. Dass die Menschen dieser Welt, die blind in ihren fleischlichen Höhlen durch das Leben laufen, für ihr unvermeidbares Schicksal halten. Und das ist es auch, solange sie nicht die Wahrheit sehen. Ein Vogel im Käfig kann nie wahre Freiheit erfahren. Egal wie stark er mit den Flügeln schlägt, nur den Käfig zu zerschlagen, kann ihm das Fliegen lehren. Dieses Zerschlagen, Brüder und Schwestern, nennt der Ralas die Trennung. Die endgültige Loslösung vom Fleisch. Der letzte Schritt auf einem langen Weg, den wir gemeinsam beschritten haben. Und dort unten, in den Tiefen des äonenalten Tempels, verbirgt sich das Geheimnis. Der Raum der Gemälde. Unser Weg zur Trennung. So mächtig der Tempel jedoch auch ist, so gefährlich ist er auch. Den Raum zu finden, wird Opfer bedeuten, weshalb sich unter euch heute auch Schläfer befinden. Ihre Aufgabe wird es sein, den Weg zu ebnen. Ist das vollbracht, werde ich euch in die Tiefen des Tempels bringen, damit wir anschließend, Seite an Seite, die Pforte durchschreiten und unsere irdischen Gefäße hinter uns lassen. Also, wie nennt ihr euch? Stalron. Eva. Gut. Schwester Sucht, du wirst Eva und Stalron begleiten. Bruder Harpgir wird dir die Runen geben, um das Portal zu öffnen. Platziere sie vor der Pforte des Raumes. Und ich erledige den Rest. Ja, Vater. Woran erkennen wir den Raum? Du wirst ihn erkennen. Ihr zwei am Feuer. Wie heißt ihr? Tivon. Tivon Dalscharis. Brugan. Gut. Ihr geht mit Bruder Hass. Was ist mit euch? Zara. Ihr geht mit Bruder Zorn und seiner Vertrauen. Und ihr? Ihr geht mit Schwester Lust. Verstanden. Wann brechen wir auf? Sobald ihr eure letzten Vorbereitungen getroffen habt. Schwester Sucht, Bruder Hass, ihr und eure Gruppen werdet zuerst gehen. Schwester Lust, ihr bildet die zweite Gruppe, mit der von Bruder Zorn. Ihr werdet eine halbe Stunde nach der ersten hinabsteigen. Wie euch der erste Seher bereits erklärt hat, was ihr an Schätzen in dem Tempel findet, gehört euch. Eure Bezahlung erhaltet ihr, sobald die Mission erfolgreich war. Gibt es Fragen? Ja. Was zum Anker seid ihr? Ihr seid kein Mensch, das spüre ich. Hütet eure Zunge. Lass ihn, Bruder. Ich bin der Vater. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Jetzt geht. Spinner. Und weg ist er. Äh. Die Vorbereitungen zum Betreten des Tempels treffen? Welche Vorbereitungen? Ich hab nur die Hälfte verstanden. Äh. Also ich bin jetzt mit Zara unterwegs? Okay. Ähm. Bereitet euch vor. Was? Bruder Trauer? Ja, ja. Lass mich zu Tarahel. Hallo. Tarahel. Du bist Bruder Zorn, ne? Diese Person ist beschäftigt. Ja, okay. Hä? Bereitet euch vor. Tarahel. Diese Person. Ich muss doch zu ihm. Bruder Trauer. Bereitet euch vor. Fremdländer. Fremdländer. Tarahel? Womit bist du besch... Hä? Wir sind jetzt schon los. Tivon? Hm. Und ich dachte, wir wären vollzählig. Was auch immer diese glatzköpfigen Spinner in dem Tempel erwarten, es scheint sich wohl wehren zu können. Okay. Ähm. Zara? Ist beschäftigt. Ralaim? Hallo. 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 Die rutschen wenigstens runter. Hoffentlich, wenn die gleich fertig geglippt sind, äh... Geht's weiter. Ah, ich liebe solche Bugs. Ist doch immer dasselbe. So. Was mit dir? Ahoy. Hallo, ich will dein Tattoo sehen. Hallo. Okay, ist... Ist ein cooles Tattoo. Ich würde mir zwar nicht, äh, das Gesicht tätowieren, ähm... Für nix auf der Welt, aber trotzdem... Hört wird. Tarahel, komm schon. Ihr wisst, was ihr wissen müsst. Besprecht euch mit Bruder Zau. Hm? Komm schon. Bewegt euch. Macht irgendwas. Ich liebe es, wirklich. Ist das eine Maske? Fremdländer. Fremdländer. Okay, jetzt? Tarahel. Doch, komm schon, Tarahel. Hm. Und ich dachte, wir wären vollzählig. Was auch immer diese glatzköpfigen Spinner in dem Tempel erwarten, es scheint sich wohl wehren zu können. Warte mal, vielleicht... Vielleicht muss ich das nochmal laden. Nee, er ist... Vorsicht! Ah, okay. Hm, flüchtig. Die Frau hat der Rallate einen großen Dienst erwiesen. Ohne sie fände diese Mission jetzt nicht statt. Verstehe. Wie auch immer. Gibt es noch was zu besprechen? Meinerseits ist alles geklärt. Rein da, den Raum finden, Portal öffnen, fertig. Richtig? So in etwa. Gut. Dann mache ich mich jetzt noch etwas warm, bis wir an der Reihe sind. Also, bis später, ihr Hübschen. Auf eine gute Zusammenarbeit. Auf eine gute Zusammenarbeit. Okay, Zara scheint doch, äh, sympathisch zu sein. Ist, äh... Doch nicht irgendwie das, was ich gedacht hätte. Das hat, äh... Bruder Zorn. Ihr seid an der Reihe. Ja. Söldnerin. Wir brechen auf. Zu Befehl. Ihr geht vor. Okay. Ich gehe vor. Die laufen also mir nach. Schwester, Lust ist immer noch hier. Und die beiden Söldern. Okay. Waren die nicht die ersten, die gehen sollten? Alter Tempel, obere Ebene. Ja. Geht vor. Schön übrigens... ...der mit dir zusammenzuarbeiten, Pfarrer. Ich wusste gar nicht, dass du wieder auf Enderal bist. Ich bereue es schon wieder. War ja klar, dass die erste Mission ausgerechnet in diese Eiswüste führt. Ich vermisse Kili jetzt schon. Glaube ich dir gerne. Und wo ist deine bessere Hälfte? Dieser... Wie war sein Name doch gleich? Ruhe. Ist ja gut. Okay, die beiden kennen sich. Fehlt da nicht noch einer? Die hat ein Schattenstahlschwert. Was hat er für eine Waffe? Und da unten ist der Questmarker. Ich glaube, die... ...ersten beiden Söldnertrupps, die sehen wir gleich schon. Entweder tot oder als Untote gegen uns ankämpfen. Und ich glaube, die Söldnerin, die namenlose Söldnerin, werden wir auch schon als erstes verlieren. Ach, hier. Da ist noch einer. Okay. Die... Die beiden Söldner werden wir als erstes verlieren. Ja, ich komme schon. Wieso bin ich der einzige Depp hier, der die Fackel hält? Die laufen hier einfach... Da ist ein Sammlerobjekt. Was? 9 von 15 haben wir schon gesammelt. Nice. Warte mal. Kann es sein, die vier laufen mir hinterher und ich muss der hier wieder hinterher laufen? Warum? Okay, diese Esserts hier für den Tempel finde ich nice. Okay, wo führt das hin? Leere Ohren. 38 Groschen, Genesungstrank. Rezept wollte ich überhaupt nicht. Vier Gänge für vier Gruppen. Hm. Als hätte euer Vater davon gewusst. Wartet. Hm. Eine Nachricht von Bruder Hass. Ja. Was schreibt der? Sie haben die beiden Gänge westlich und östlich genommen. Das heißt, wir nehmen den nördlichen. Wäre es nicht klüger, wenn wir zusammenbleiben? Es ist der Wille des Tempels und der des Vaters. Und überhaupt. Wenn wir uns aufteilen und eine Gruppe in eine Falle gerät, ist so wenigstens noch eine der anderen übrig. Bruder Zorn, ihr nehmt den südlichen Gang. Einverstanden? Ja, Schwester. Dann los. Aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Viel Glück. Aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Okay. Also den Gang nehmen wir. Aus der Asche zu Blut, aus dem Blute zur Freiheit. Halte den Mund. Okay, wie öffnen die das? Ich will das sehen. Ich glaube, die warten, bis ich gehe, damit ich das nicht sehen kann. Alter Tempel. Ey, Tarahel, du bist jetzt im Weg. Alter Tempel, untere Ebenen. Ah, okay. Ach so. Ich dachte, ich werde anders da durchgehen. Was ist das für ein Zeug? Ich würde jedenfalls die Finger davon lassen. Sag Sachen. Meinen Sie das Zeug hier? Diese... Was ist das? Äh, nein. Okay, doch, das sind Pflanzen. Ich dachte schon, was ist das? Ich speichere vorsichtshalber mal. Ähm. Bitte, einen Moment. Was zum... Saira, was... Was tust du hier? Töte dich das. Was? Vorsicht. Der Vater hat uns gewarnt. Und was, wenn das keine Illusion war? Wenn dieser Tempel ihn... ...irgendwie reingeholt hat. Ihn? Ähm. Ja. Ah, okay. Was ist mit euch? Was seht ihr? Eine Frau, die ich kenne. Gibt Sinn. Dann ist diese Illusion also irgendwie an unseren Geist gebunden. Oh Mann. Das ist einfach nur krank. Okay. Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Hm. Die Barriere da. Sehen wir uns das mal an. Okay, ich hab mich schon gewundert, warum ist erstens Kalia hier und toter Elch? Schönes, knuspriges Fleisch. Kann ich damit die Verlorenen hier, äh, füttern? Die wollen ja auch, die Verlorenen hier alle, ein schönes, knuspriges, verbranntes Stück Fleisch haben. Die ist leer. Hier. Oh, Gold. Silber. Nice. Lohnt sich. Siehst ja, die ganzen Schätze, die hier sind, dürfen wir haben. Okay. Was ist das denn? Ähm. Alter. Der Name ist Programm. Erbärmlich. Das wird ja immer appetitlicher. Ich hör da noch was. Wartet mal. Was ist das? Seht ihr diese Einkerbungen bei dem Turbo? Das sind Glüfen der schwarzen Waage. Die Farbe haben uns eine Art Übersetzungsschlüssel. Das hier führt zum Raum der Gemälde. Hm. Ich dachte schon, das würde kompliziert werden. Lass nicht mal sehen, ob ich die Barriere irgendwie bannen kann. Ich glaub... Ich mach dir mal gar nichts. Nein. Das ist aussichtslos. Vielleicht die Zeit... Ich glaub, wir müssen einmal zu Mütterchen und Schwesterchen da vorne. ne? Zumindest die Illusion von den beiden. Na ihr? Aber wo ist... Okay, dieses Geräusch, äh... Macht irgendwie Spaß, die auszulösen. Da ist noch so eine Perversion. Zwei von denen. Ehrlich? Ähm... Eine Triefer-Tafel. Könnt ihr das übersetzen? Lasst mal sehen. Hm. Die... Na, verflucht. Das ist zu kompliziert. Okay, äh... Ich muss jetzt aber eben ganz kurz hier, äh... Wir gönnen uns mal eine Brezel. Was, ehrlich? Lasst mich mal sehen. Nein. Nur ein Ralaim darf dieses Dokument sehen. Also nehmt eure Finger weg. Na schön. Aber was jetzt? Wir erkunden weiter. Wer pfeift da? Da ist ne Tür auf. Wer hat da... Wer hat da gepfiffen? Nur eine Illusion. Ignoriert es einfach. Da sind noch zwei, äh... Von denen. Perversion. Vorsicht! Und warte... Äh... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Der ist ja ein Riese. Ohne Augen. Äh... Komm. Komm, dann. So. Ein... Herz? Ja. Ähm... Könnte das... Wartet. Was ist? Das... Das war Bruder Hass. Äh... Was? Ich habe nichts gehört. Ich aber. Ich gehe nachsehen. Ihr bleibt hier. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Könnt ihr nicht einmal ein Befehl befolgen? Ach, schon gut, schon gut. Geht allein, wenn euer Leben davon abhängt. Gut. Ich bin gleich zurück. Auf Tarail warten. Äh... Wo geht er hin? Ach, dann. Meine Güte. Was für ein Arschloch. Äh... Er hat die richtigen Absichten. Er meint das nicht so. Das trifft er ganz gut auf den Punkt. Ähm... Er meint das nicht so. Und er hatte eine furchtbar schreckliche Kindheit. Wie all die Arschlöcher dieser Welt. Ich kenne die Geschichte. Und ich hatte fast schon wieder vergessen, wie wenig ich dieses Land eigentlich vermisst habe. Ihr wart außer Land? Elf Jahre, ja. Die meiste Zeit davon war ich auf Kile. Das wurde aber irgendwann auch mir zu ungemütlich. Ihr wisst schon, Bürgerkrieg und so weiter. Da fliegen momentan wirklich die Fetzen. Also dachte ich mir, Zara, Zeit heimzukehren. Und bin aufs nächste Schiff. Und jetzt bin ich hier. In einem alten Tempel, der mich gegen Illusionen und explodierende Fleischlappen kämpfen lässt. Großartig. Wohin im Gang? Was habt ihr gesehen? Äh... Ein Mensch, der mir sehr wichtig ist? Ja. Ich auch. Jemand, dem ich vertraut habe. Obwohl ich es hätte besser wissen müssen. Ich dachte wirklich, ich wäre mittlerweile drüber hinweg. Aber das vorhin. Es hat alles wieder hochgeholt. Naja. Schätze, das ist das Leben, oder? Erst wenn man im Sterbebett liegt und seinen letzten Schiss in die Decken gegeben hat, lässt die Vergangenheit einen endgültig los. Äh... Das war's mit Zara. Drehboot erbracht. Äh... Ich hoffe, dass... Dass es das wert war. Ich hoffe, es wird... Tribut? Wovon zum Hänger redet ihr? Die Glyphentafel in dem einen Raum. Ich habe sie lesen können. Dort stand, dass der Durchgang zum Raum der Gemälde ein Tribut erfordert. Und den habe ich erbracht. Mal davon abgesehen, dass wir jetzt den Rücken für den letzten Schritt des Planes frei haben. Äh... Ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Ja, gehen wir. Ja. Äh... Ich war auch überrascht, dass, äh... Er sie jetzt erschossen hat? Müssen wir hier durch? Oder da oben? Ich glaube, wir müssen da oben lang. Hier sind jetzt jedenfalls einer weniger. Scheiße! Das Ritual, das sie geweckt haben, das wird hart. Ja, Mist. Das sind jetzt... Ein riesen... Al... Einmal kurz speichern. Äh... Ding. Was ist? Nein, bitte. Nein, nein. Was hat der für... Mutierte Perversion. Nein. Sag das... Nein, doch nicht. Oh, der Riese soll weg. Ja, bitte. Bleib da unten. Genau, versucht auf diese Art hier hochzukommen, ja? Wo ist... Wo ist der Große? Ach, komm schon. Äh, nein. Autsch. Tarahel, ich könnte einen Hüste gebrauchen, bitte. Alter, warte. Äh, äh... Nee. Schnell, 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 schnell. Was ist das? Verteiligt euch gefälligst! Ja, wie? Gegen so ne... So ein riesen Ding. Ich hoffe, er wirklich nicht überlebt hat. Jetzt mit dem Bogen, äh... Wird das passen? Nichts. Mist. Mist. Ist hier noch irgendwo einer? Ich warte mal eben, bis die Gesundheit voll ist. Es ist immer noch leicht, Kampfmusik da. Und wir haben es überstanden. Seine Gesundheit lädt sich langsam auf, meine lädt sich auch sehr langsam auf. Ich speichere mal gegen diese riesige Perversion, das war aber auch übel. So können wir die tun. Widerwärtiges Gefäß. Sind das Fleischschranken oder sowas ähnliches? Hier ist ja auch noch eine Tür. Okay, das ist nichts zum Einsammeln. Okay. Alter Tempelherz. Weiß ich, will ich da hin? Weiß ich hin? Weiß ich hin? Ähm. Tareel, einer deiner Brüder sitzt da. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Illusion ist. Beim Namen der Sonne, dieser Ort. Er... er ist unheilig. Wie... ich meine, wie kann es sein, dass sich hier das Geheimnis zur Trennung verbirgt? Hier! Hinterfragst du den Vater? Was? Nein, natürlich nicht, ich... Verzeih mir, ich weiß nur nicht, wo mir der Kopf steht. Aber schau, das muss er sein, oder? Er entspricht den Beschreibungen. Wir haben es geschafft, Bruder. Wir haben den Vater stolz ge... Ja, du hast ihn stolz gemacht. Abschaum. Äh, das ist also der Raum der Gemälde? Die Pforte, ja. Es passt perfekt auf die Beschreibung. Kommt, sehen wir uns das mal aus der Nähe an. Ich weiß jetzt nicht aus diesem Tempel hier. Ist das jetzt der echte Bruderhass oder war das jetzt nur eine Illusion oder sowas? Denn ich fände das geil, wenn das hier, dieser Raum, auch nur so eine Täuschung ist und das dort eine Illusion sein sollen von Leuten, mit denen wir hier gemeinsam diesen Dungeon jetzt, sage ich jetzt mal, betreten hätten und es uns nur einfach vortäuschen wollte, dass wir das Ziel erreicht haben. Dabei ist es nicht das Ziel, das wäre mega. Das ist er also. Der Raum der Gemälde. Hm. Spürt ihr diese Kraft? Das ist... Moment. Hört ihr das? Ähm. Ähm. Heilige Scheiße. Ja. Richtige Heilige Sche... Was? Was hat er gesagt? Solange er brennt, können wir nichts machen. Alter, die Musik gerade. Was tun wir da? Bitte! Geht nicht! Wir wollen doch nur! Verbranntes Fleisch? Der miserlecht ist nett! Der Digga! Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so schnell vorbei ist mit dem. Das sind Runen. Runen fallen. Ist er da reingetreten und ist deswegen so schnell kaputt? Echt, aber der war gewaltig. Okay, ich hatte aber jetzt irgendwie gehofft, dass das doch ein bisschen länger dauert mit dem. Das wäre jetzt doch ein bisschen enttäuschend. Sein Name der Sonne. Was zum... Ich meine... Was war das? Äh, ein weiterer Aus... Äh, je weniger wir darüber nachdenken, desto besser, äh... Ein weiterer Ausruf des Tempels. Es war auf jeden Fall ein verbranntes Stück Fleisch, wie es hieß, äh... Je weniger wir darüber nachdenken, desto besser. Wir bleiben im... Ja, ihr habt recht. Ach, wie auch immer. Wir können uns keine Pause leisten. Kommt, platzieren wir die Runen, um den Vater zu holen. Es wäre besser, glaube ich, hätten wir jetzt, äh... Bruder Hasten nicht, äh, getötet und einfach... ...mit ihm zusammen das Ding da bekämpft. Ähm... Warte, komm, jetzt noch... Gut. Das sollte klappen. Äh, ihr klingt nervös. Nervös? Schwachsinn. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Das ist alles. Okay, und nun? Wir bleiben beim Planen. Wir sprechen den Zauber und nehmen mit dem Vater Kontakt auf, wie mit ihm vereinbart. Dann, wenn er durch das Portal kommt, werde ich ein Bannzauber wirken, um zu verhindern, dass er Verstärkung holt. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Okay, gut. Irgendwas, das ich im Hinterkopf behalten sollte? Nein. Gebt einfach alles. Es wird kein leichter Kampf. Darauf könnt ihr euch einstehen. Das glaube ich auch. Äh... Na dann, ich bin bereit. Kontaktiert den Vater. Gut. Äh, speichern. Vater? Vater! Bruder Zorn, ihr wart erfolgreich. Ja, Vater. Wir stehen vor dem Raum. Das ist gut. Wer ist bei euch? Nur die Säldnerin und ich. Alle anderen sind tot. Das glaube ich zumindest. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Bedauerlich. Wohlan, denn wir kommen zu euch. Wir? Bruder Trauer und ich. Ah, und Tarai. Ja? Ich bin stolz auf dich. Ähm. Was hat das zu bedeuten? Verrat, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich schätze, die Zeit hat mich unvorsichtig werden lassen. Und nun, Tarai, was gedenkst du zu tun? Oh, ich glaube, das könnt ihr euch denken. Das kann ich. Gestatte mir eine Frage. Wieso? Kannst du sie auch nicht mehr sehen? Die Gesichter? Das? Ich hätte es wissen müssen. Du verlierst den Verstand. Genau wie Schwester Hochmut. Was sagen dir die Stimmen in deinem Kopf? Dass ich sterben muss. Schwachsinn! Ihr sterbt wegen dem, was ihr uns angetan habt. Kinder, verdammt! Kinder! Wilma, Detlaff, Sarah, Thoros, Leto. Und ihr? Euch war das alles scheißegal. Wir waren ja nur Material, richtig? Menschenmaterial für eure verfickten Experimente. Das reicht. Ich werde sie töten, Vater. Nein! Warte. Du erinnerst dich. Richtig. Du erinnerst dich an das, was davor war. Beim Namen der Sonne, das ist faszinierend. Aber gleichzeitig zu erwarten. Du warst schon immer meine beste Schöpfung. Schöpfung? Ja. Du hast recht, Tarael. Ich habe an Kindern experimentiert. Was sie besonders sind. Und ja, manche von euch sind in der Tat in meinem Labor gestorben. Aber das wären sie ohnehin. Warum wären sie ohnehin gestorben? Weil sie Waisen waren? Nein. Weil sie krank waren. Wenn du dich erinnerst, Tarael, erinnerst du dich dann auch an den Husten? Detlaff, Wilma, Sarah, Leto, du! Ihr alle hattet die Lungenfäule. Eine kranke, die durch die Ranken der Unterstadt übertragen wird. Lügen. Alles Lügen. Natürlich denkst du das. Du musst es denken. Weil du in deinem Kopf schon die perfekte Antwort gefunden hast, dass ich ein Monster bin. Die Fäule lässt sich nicht heilen. Zumindest nicht mit gewöhnlichen Mitteln. Erinnert ihr euch an unser erstes Gespräch? Daran, was mich dazu bewogen hat, den Rallass zu begründen? Äh, ja, die Trennung. Ihr wollt den menschlichen Geist und Körper lösen. Korrekt. Um etwas zu lösen, muss man es erst verstehen. Daher die Experimente. Ziel dieses einen war es, den Seelen dieser sterbenden Kinder ein neues Gefäß zu schenken. Dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, wenn ihr so wollt. Das heißt, ihr habt versucht, den Kindern einen neuen Körper zu geben? Die Seele zu extrahieren und zu verpflanzen. Korrekt. Es existieren Aufzeichnungen der Pyräer, die ähnliches taten, indem sie ihr Bewusstsein an Gegenstände oder Orte binden. Ich habe viele Jahre damit verbracht, ihre Magie zu erforschen. Anfangs ohne Erfolg. Egal, was ich versuchte, ich schaffte es nicht, die Seelen zu erfassen und gleichzeitig ihre wesenhafte Existenz zu bewahren. Sie degenerierten stets zu identitätsloser magischer Energie, wie sie jeder Magieschüler in einen Seelenstein binden kann. Bestenfalls erhielt ich ein Simulakrum, phasmalistischen Mummenschatz. Dann, plötzlich, kam der Durchbruch. Mir gelang die Extraktion und dann der Transfer. Alles schien perfekt und ich war euphorisch. Kinder schliefen in ihrem verfaulenden Körper ein und erwachen in einem neuen. Aber etwas lief schief, richtig? Und all das habt ihr getan, um mehr über die Seele in Erfahrung zu bringen? Ja. Ob sie überhaupt existiert? In welchem Verhältnis sie zum Leib steht? Damals dachte ich, auf diese Art und Weise würde es mir gelingen, das zu tun, was Dalga lang tat. Und woher kamen diesen neuen Körper, die Gefäße? Ich habe sie geschaffen. Fragt nicht nach den Einzelheiten. Es ist ein komplizierter Prozess, den ihr ohnehin nicht verstehen würdet. Aber falls eure Frage darauf abzielt, nein, es waren keine echten. Und die Waisenhausleiterin hat euch die Kinder verkauft? Das ist grotesk. Grotesk? Sie wusste, dass sie zum Sterben verdammt waren. So wie sie es sah, hatte sie zwei Möglichkeiten. Gräber im Hinterhof auszuheben oder ihnen eine Chance zu geben, die darüber hinaus mehr als großzügig bezahlt wurde. Nein. Jesha Shagun war ein guter Mensch. Besser als ich es jemals war. Ihr redet über diese Kinder als wären sie Gegenstände. Wo ist euer Mitgefühl? Mitgefühl, Mitgefühl. Spielt es denn eine Rolle? Am Ende zählen Taten, nicht Absichten. Wisst ihr, ich bin vor allem eines. Wissenschaftler. Es war nie mein Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu zu machen, aber Leid zu verursachen ebenso wenig. Die Kinder trieben meine Forschung voran und ich bot ihnen eine Chance auf Heilung. Das ist mehr als alle anderen bereit waren, ihnen zu geben. Okay, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle ist, warum redet er mit mir und ich stelle ihm die Fragen? Das ist doch die Sache von Tarai, warum stellt er nicht die Fragen? Aber okay, aber etwas liebschief, richtig? Ja, etwas, das ich als Fremdwerdung begann zu bezeichnen. Die transferierte Seele begriff, dass etwas falsch war. Ein Gefühl von Fremdheit, erst nur kleine Momente von der Dauer eines Herzschlages, dann kamen irgendwann die Gesichter. Nessa, die, äh, Schwester Hochmut, die die Gesichter gesehen hat. Sie ist eine ihrer Schöpfungen? Schwester Hochmut, ja. Sie war eines der letzten Exemplare, die ich schuf, bevor ich es irgendwann aufgab. Die meisten starben schon viel früher, meistens nur ein paar Tage oder Wochen nach dem Transfer. Nur zwei Ausnahmen gab es Bruder Trauer und Bruder Zorn. Die beiden? Ach, Tarai, du bist meine Schöpfung, mein Kind. Zuerst dachte ich, dein Transfer war erfolglos, also entsorgte ich dein Fleisch. Aber dann, acht Jahre später, standest du vor dem Tempel, voll bei Sinnen. Ich war sogar schon kurz davor, die Forschung wieder aufzunehmen, aber dann erfuhr ich von dem Raum der Gemälde und Schwester Hochmut begann erste Anzeichen der Fremdwährung zu zeigen, so wie du es jetzt tust. Ähm, dein Kind. gut, 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 das war wirklich nett, wirklich, wirklich erfrischend. Aber ich denke, ich habe genug gehört. siehst du dieses Messer, ich werde es dir in die Kehle ramm und dir ebenso, Bruder. Und glaub mir, ich werde jede Sekunde davon genießen. Die Frage ist nur, stehst du bei mir oder nicht? Nimm die Maske ab. Natürlich. Ähm. Erkennst du ihn, Tarael? Nein. Doch, Tarael. Leto? Leto. Sein Fall war ein besonderer, weißt du. Er starb in exakt dem Moment, in dem ich seine Seele transferierte. Ich vermute, dass das der Grund für seine fehlende Menschlichkeit ist. Aber gleichzeitig scheint dieser Zustand ihn vor der Fremdwerdung zu schützen. Bis heute zeigt er keinerlei der Symptome und ich bezweifle, dass sie noch kommen werden. Du, du liebst? Ich, das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Es hat keinen Zweck. Er ist nicht der Mensch, den du mal kanntest. Seine Erinnerung ist fort. Zusammen mit seiner Menschlichkeit. Es tut mir leid. Nein. Es ist nicht wahr. Bitte, Leto. Ich bin's. Ich bin's, Tarael. Wie lauten eure Befehle, Vater? Soll ich sie töten? Tja, ich fürchte, das hängt ganz von Ihnen ab. Tarael. Ich bin nicht das Monster, für das du mich hältst. Ich hoffe, das siehst du jetzt. Und ich bin bereit, dir zu... Ähm. Den Vater bekämpfen oder Tarael? Ich... Ich... Äh... 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 Warte mal, ne? Wieso ist das alles jetzt, Tarai? Ähm... Wo ist der Vater? Wieso ist mein Leben wieder so leer? Ähm... Eine Brezel, ich hoffe, das hilft. Ah, verdammt. Ähm... Genau in diese Dinger gegangen. So, Tarai, da schaffst du wohl gegen Tarai zu kämpfen, oder? Okay, das ist aber ein Kampf hier jetzt so... Erstens viel Gelaber. Wir sind jetzt auch schon eigentlich über einer Stunde. Ähm... Aber das ist jetzt so eine besondere Folge. Das müssen wir jetzt ein bisschen überziehen. So, jetzt muss ich aber erst mal mein Leben aufladen. So, bis ich, äh... ihm helfe, gegen Vater zu kämpfen. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber... Mit, äh... Null Leben kann ich nichts machen. Okay, der ist bekämpft. Da ist... Da ist er. Oh, das ist das. Okay, der hat aber viel, äh... Genau, konzentriert nicht da unten, ne? Da oben ist er. Ach, der ist die ganze Zeit da oben. Okay, der ist die ganze Zeit da oben, während die Tugbilder hier unten sind. Okay, erstmal eine Illusion geköpft und, äh... Jetzt brauche ich wieder Gesundheit. Weil ich wieder in eine dieser, äh... Ruhen reingelaufen bin. Okay, warte mal. Er schwirrt noch immer da oben rum. Kann ich den irgendwie bekämpfen? So? Oder lädt er immer wieder sein Leben auf? Und ich muss einen anderen Weg finden, um ihn zu bekämpfen. Ich verstehe da jetzt gerade nicht so. Kann auch sein, dass ich die Folge hier im Nahhinein in zwei schneide. Wenn es sehr lange dauert, aber das ist jetzt... So, komm. Und den sind wir jetzt los. So, wo ist der Vater wieder? Mit der Scheibe. Da hinten. Okay, das klingt sowas. Okay, wieder neue Tugbilder. Er ist wieder da oben. Okay, der ist so doof und sieht ihn hier nicht. So, wo ist das andere Tugbild? Nein, nicht in der... Dings rein drin. Wo? 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 Okay. Gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich war jetzt so doof und renne in die Flammen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Oh, no! Amen. 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 Amen.